Du warst aber schön. Meinst du? Nichts Besonderes. Wunderbar. Er ist so glücklich, dass er dich sehen kann. Machen Sie weiter so. Studieren Sie weiter. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk. Und mir bitte weiter empfehlen. Ja. Wir haben heute zu Helmut gesagt, er soll bei dir einen Termin holen. Ja. Das ist wunderbar.